Das ist der brandneue Hümer MLT 580 und diese drei Elemente machen ihn besonders. Zum Beispiel die Technik, Hümer Connect und bis zu 320 Ampere Stunden volle Lithium Power im Fahrzeug. Ein neues Exterieur, neue Beklebung, sieht schick aus und oben nochmal diese Reling, jetzt in schwarz auch erhältlich. Zwei Wohnwelten, Velvet Ash oder Native Bamboo und viele Polstermöglichkeiten, die es richtig bequem machen. Das Ganze bekommt ihr logisch ausgestattet für ca. 120.000 Euro, also auf jeden Fall ein extrem dicker Preis für einen 4x4. Und für mehr, folgt uns!